Hast du das vorige Video angesehen? Wenn nicht, dann mach das bitte, du solltest das verstehen, weil dann wirst du jetzt verstehen, wieso das plötzlich so einfach wird. Wir machen jetzt nichts anderes, als eine Steigungsform in eine Parameterform verwandeln. Und jetzt schau dir mal an, was du gegeben hast. Du hast das K gegeben und du hast das D gegeben. Und, hokus pokus, die Parameterform sieht so aus. x ist gleich 0 und 2,5 plus t mal 1 und minus 0,6. Fertig. Wenn du das vorige Video gesehen hast, weißt du jetzt, wieso das so einfach und wieso das so schnell geht. Wenn man will, kann man noch diesen Richtungsvektor so multiplizieren, dass hier keine Kommazahlen mehr stehen. Also ich könnte dieses ganze Ding zum Beispiel mit 10 multiplizieren. Und dann kriege ich dieselbe Gerade anders aufgeschrieben, dass 0 und 2,5, so das ist jetzt nicht wahnsinnig schön geschrieben, dass 0 und 2,5, naja ich schreibe es doch noch einmal, x ist gleich 0 und 2,5, das lasse ich mal, plus t mal, naja und wenn ich das Ganze mal 10 rechne, einmal 10 ist 10, minus 0,6 mal 10 ist minus 6. Ja, wenn ich jetzt Lust habe, könnte ich jetzt noch durch 2 dividieren, dann steht halt hier nicht 10 und minus 6, sondern was 5 und minus 3. Hier, dann habe ich sozusagen einen Richtungsvektor mit den kleinstmöglichen Zahlen. Ja, egal, wie auch immer. Also wie gesagt, ganz einfach und zur Übung könntest du das gleich bei einem zweiten Beispiel machen. Sagen wir, wir haben eine Gerade h, die ist gegeben durch die Steigungsform y ist gleich 0,5x plus 2. Ja, versuch das mal selbst umzuwandeln. Ich würde jetzt empfehlen, dass du das Video kurz stoppst. Ja, das Ergebnis könnte sein, Groß x ist gleich 0 und 2 plus t mal 2 und 1. Und wenn du dich jetzt fragst, wieso da jetzt nicht 1 und 0,5 steht, ja, könnte auch stehen, also da könnte auch 1 stehen, da könnte 0,5 stehen. Ich habe nur den Richtungsvektor gleich verdoppelt, damit hier keine Kommazahlen stehen. Schaut vielleicht eine Spur netter aus. Ja, damit kannst du jetzt eigentlich jede Geradenform in jede andere verwandeln. Und das war es auch schon mit den Geraden im R2 mit der Theorie dazu. Mehr kommt da jetzt nicht mehr. Wenn du das kannst, kennst du dich mit Geraden im R2 von der Theorie her perfekt aus.